Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 An alle Verfolge einhalten auf eurem Bildschirm seht ihr, wo wir mit unserer Straßensperre warten. Versucht ihn uns in die Arme zu treiben. Gefahr an direkt durch den Bärchen. Einheit aufgefallen. Wiederhole. Einheit aufgefallen. Okay, wir sind hinter ihm. Ich stelle den Sichtkontaktzentrum kurz weg. Sichtkontakt zum Verdächtigen verlassen. 1033, 1033. Ja, Einstein ist gerade los vorbeigewaßen. Ich bin nicht da. Verfolge einhalten auf. Eurem Bildschirm könnt ihr sehen, wo wir mit unserer Straßensperre warten. Versucht ihn uns in die Arme zu treiben. Hab einen Wagen verloren. 6.20 Uhr. Bitte meldet eure aktuelle Lage. Hier Charlie 15. Wir haben vorsichtshalber auf dem wahrscheinlichen Fluchtweg eine Sperre errichtet. Zentrale, der Verdächtige hat mit seinem Fahrzeug die Haftung verloren. Höre zum Limit. Wir bilden eine heilige Straßensperre. Auf mein Zeichen in Position gehen. Der Verdächtiger ist weiter flüchtig. prioritize Alle Einheiten auf dem Weg zur Verfolgung. Alle sechs Zielobjekte von Schleimersatzung wieder aus. Alle Einheiten auf dem Weg zur Schleimersatzung wieder ausgenommen. Wir sind an dem Verdächtigen dran. Alles sehr schnell. Alle Einheiten auf eurem Bildschirm sieht, wo wir mit unserer Straßensperre warten. Versucht ihn uns in die Arme zu treiben. Alle Einheiten auf dem Weg zur Schleimersatzung wieder ausgenommen. Alle Einheiten auf dem Weg zur Schleimersatzung wieder ausgenommen. Weitere Infos auf eurem Bildschirm. Jetzt durch die Straßensperre geraten! Okay. Wir sind hinter ihm. Bestätigen Sichtweinsatz zu unserem Code 6. Verstärkung! Einheit aufgereiht! Verstärkung! Meine gesamte Verstärkung ist weg! Könnt ihr noch jemanden schicken? Gehe! Das war eine Unterrichtung, bin ich da. Ja! Bravo, Tor heute ist an einem Strassensperre erwichtet. Lass dich durchkommen! Ja, das ist am Tüch. Das ist um mich normal. Ich weiß nicht, nur mein Mager wenn dann. Wir sind bei dem Verdächtigen dran. Alles sehr schnell. Einsatzwagen verloren. Wiederhole, Einsatzwagen verloren. Einsatzwagen verloren. Einsatzwagen verloren. Wir sind hinter euch. Wir sind hinter euch. Er ist durch! 2, er ist durch! Verstehen wir, dass er von GAS liegt! Auf der Kraft! An alle Kontrolle einleiten! Treibt in Ruhe in unsere Rechte! Wir haben die Straße gesperrt! 3, 2, 1, 1 Lösch! 1, 2, 1, 1 satellites! 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 2 1, 2, 1 1, 2, 1 Fahrzeug fährt durch die Straßensperre! Charlie 15, wir haben eine Straßensperre errichtet. Er ist durch die Straßensperre beraten! Er ist durch die Straßensperre geraten! Wir werden ausgeteilt in der Eingang ablassen! Der Fahrrad direkt durch die Straßensperre geraten! Ich habe ihn verloren! Lass uns das Gebiet durchkämmen! An allemal hier! 10-83! Einheiten auf dem Weg zur Q3-Verfolgung! Der Verdächtige wurde zuletzt gemeldet in Richtung Osten! Kommen Sie in die Richtung! An allemal hier! An allemal hier! Kommen Sie in die Richtung! Er ist über eine 2.3 Meter durchgekommen! Er ist durch! Ich wiederhole, er ist durch! Der Fahrrad ist über! Ich über! Er hat das Fahrzeug verloren! Kann doch nicht weit sein! Sperrt das Gebiet ab! Unterstützungseinheiten! Fahrzeug wurde zuletzt gemeldet in südlicher Richtung! Absperrung erfolgt eng um das Zielgebiet! Verbleibende Einheiten innerhalb der Zone auf Streife gehen! Zentrale, hier ist Bravo 28! Ich habe zwei weitere Einheiten bei mir! Wir brauchen voraussichtlich drei Minuten für die Sperrung! Zentrale, hier Charlie 15! Wir fahren nach Osten und suchen da weiter! Das Gebiet hier ist abgedeckt! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Der Verdächtige hat sich seinen Weg durch die Straßensicherheit gefahren. Der Fahrzeug fährt durch die Straßensperre! Alles erfolgt an eure Bündchen, seht ihr unbedingt in der Straßensperre? Warte! Ich muss den Laufenden haben, bis das Leiden. Ich kann es nicht halten, verliere sich kompakt. Ich habe einen Wagen verwärmt. Okay, bringen wir hinter uns. Loser Sie mit den Kreisern erlauben! Es gibt nicht nur den Kreisern, aber sie sind nicht herstellbar. Ich bin nicht die Erinnerung! Er ist durch die Trakensperre geraten! Sie sind in der Gare der Räume zurück! Das ist nicht vorbei! Bleiben Sie weiter und beenden das ganz schnell! Oder ein ausgefangenen Einsatzzeug! Der Fahrer ist direkt durch die Sperre gebrentert. Hier ist Räuber zu 8. Wir haben den Ansatz verfolgt und auf dem zu erwartenden Fluchtweg eine Sperre errichtet. Zuhörst du nicht vor, diesen Glück zu Weckmann in den Anzeigen? Kameras im Wagen und niemals auf! 10-42, ich versuche ihn zu stellen. Versuchstiger lokalisiert. Wir haben die Strecke vor dem Verdächtigen abgeschmert. Versuchstiger lokalisiert. 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 Keiner der Einfahrtswagen ist ausgefallen. Kurz 6 verloren. Er kann nicht weit sein. Habt ihr mich verstanden? Unterstützungseinheiten auf dem Weg zur Verfolgung. Das Objekt wurde zuletzt gesehen in Richtung Osten. Wir werden alle Straßen in seiner letzten bekannten Fahrtrichtung absperren. Hier ist 3 Delta 10. Nähen uns schneller südlicher Richtung. An alle Delta-Einheiten. Bleibt auf Empfang. Zentrale, wir haben hier einen Verdächtigen, auf den die Code 6 Beschreibung passt. Wir sehen gerade mal nach. Zentrale, Verdächtiger ist zwar ein 1032, aber nicht unser Code 6. Wir überprüfen ihn. Die Code 7 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020